Musik Hier geht es nicht um Triumphe, hier geht es um Fun. Fun? Was ist denn das? Fun ist, äh, tja, was ist Fun? Ich, ich buchstabier's dir mal, okay? F steht für Freunde, die... Scheiße, wenn du einmal lachst, hier geht es nicht. Take 7, hier geht es nicht um Triumphe, hier geht es um Fun. Ey, nein, take 8, hier geht es nicht um Triumphe, hier geht es um Fun. Fun? Arschloch, du hast angefangen. Take 9, die zweite. Hier geht es nicht um Triumphe. Take 10, hier geht es nicht um Triumphe, hier geht es um Fun. Take 11, hier geht es nicht um Triumphe, hier geht es um Fun. Fun? Was ist denn das? Fun ist, äh, Tja, 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 Tja. Ist, äh, Tja, was ist Fun? Ich... Ich... Nö. Das hab ich grad mit aufgenommen. Take 14, hier geht könnte... Take 15, hier geht es nicht um Triumphe, hier geht es um Fun. Fun? Was ist denn das? Fun, was ist denn das? Ich liebe dich, Mann. Fuck, was ist denn das? Tja, was ist Fun? Was ist Fun? 18. Hier geht es nicht um Triumphe. Hier geht es um Fun. Fun, was ist denn das? Fun ist, äh, tja, was ist Fun? Ich, ich buchstabier's dir mal, okay? F steht für Freunde, die was unternehmen. Hier geht es nicht um Triumphe. Hier geht es um Fun. Und meine Mutter drückt gerade die Klo. 18. Hier geht es nicht um Triumphe. Hier geht es um Fun. Fun, was ist denn das? Fun ist, äh, tja, was ist Fun? Ich, ich buchstabier's dir mal, okay? F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich. Haben wir mal Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich. F steht für Feuer, das wütet und bludert. U steht für uns, Ehrenkampf. Entsteht für nukleares Waffenarrenal mit dem Mann. Plankton. Das hat doch rein gar nichts mit Fun zu tun. Finde ich nebenbei. Take 21. Hier geht es nicht um Triumphe. Hier geht es um Fun. Fun, was ist denn das? Fun ist, äh, tja, was ist Fun? Ich, ich buchstabier's dir mal, okay? F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich. Haben wir mal Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich. N steht für Feuer, das wütet und bludert. U steht für uns, Ehrenkampf. N steht für nukleares Waffenarrenal mit dem Mann. Plankton. Das sagt doch, du hast grad irgendwie so'n, so'n Stimm... Hier geht es nicht um Triumphe. Hier geht es um Fun. Fun, was ist denn das? Fun ist, äh, tja, was ist Fun? Ich, ich buchstabier's dir mal, okay? F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich. Haben wir mal Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich. F steht für Feuer, das wütet und bludert. U steht für unfairen Kampf. N steht für nukleares Waffenarrenal mit dem Mann. Plankton, das hat doch rein gar nichts mit Fun zu tun. Nein, das geht so. F steht für Freunde, die was unternehmen. Ja, nachher, es kommt zu. Du hast deinen Text vergessen. Du musst dir sagen, vergiss es, dass es völlig idiotisch ist. Aber egal. Nein, das ist nicht gesagt. Hier geht es nicht um Triumphe. Hier geht es um Fun. Danke. Hier sind wir jetzt Take 24 oder 25. Hier geht es nicht um Triumphe. Hier geht es um Fun. Du bist einfach für den Raum geworben. Du bist so konstruktiv. Hier geht es nicht um Triumphe. Hier geht es um Fun. Fun, was ist denn das? Fun ist, äh, tja, was ist Fun? Ich, ich buchstabier's dir mal, okay? F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Äh. Nicht um Triumphe. Du redest schon wie 28. Hier geht es noch nie, äh, begrennt. F steht für ukule. Du Idiot. Warum sagst du ukulele? Aha, ha, 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 ha. Jawoll! Ja! Alter! Ah, Take 30 und es ist drin! Alter, ich könnte gegen die Wand boxen. Jawoll! Ich lasse jetzt mein Handy weg.